Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge Orgsmast Die 2, mit mir Hex47Gaming und der Voxel-LP, Hallöchen. Ja, und ich habe wieder mal was zu dir was mitzuteilen da. Ey, 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 ey. Weil, oh, es ist so traurig. Wir wollten schon mal das Spiel starten und da ist das bei Voxel-LP abgekackt. Das ist voll eine Lüge, bei ihm ist das nämlich abgeschmiert. Nein, ich habe ein Beweisvideo. Mein über... Ach, scheiße. Ich auch, aber ich würde es nicht releasen. Äh, drücke auf... Genau. So, bitte, 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 bleib drin. Bitte, 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 bleib drin. Bitte, 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 bleib drin. Klärtaste zum Fortsetzen drücken. Oha, 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 ich bin da. So, letztes Mal habe ich ja hier ein bisschen verkackt. Ähm... Mal ein bisschen... Ich ruhe wieder lauter. Ah, nee, wenn du... Genau, wenn du nicht redest, dann ist das... Ah, ich muss das unbedingt umstellen, ne? Okay. Aber nicht jetzt. Aber wenn du, wenn du redest, dann wird bei mir extra Sound, äh, in-game Sound leiser, damit man dich besser verstehen kann. So, jetzt gucken wir mal kurz. Wo kommen die denn her? Wir haben oben eine Karte, die kommt von... Ach du Scheiße, es gibt... Moment mal hier unten. Bitte mal was. Ha, mi, 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 hallochen. Okay, das war's mal laut-checker. Äh... Äh, das muss ich mir auch kommen. Äh, gucken, äh... Hä? Verstehe ich nicht. Da unten kommen die... Ah, die... Ach so! Die fliegen! Die fliegen. Ja, richtig. Zwei anderen Spawns sind fliegenden Gegner. Ja. Man sieht jetzt beim ersten Level kommen aus dem fliegenden da oben was raus... Und aus dem anderen. Da oben rechts siehst du ja, was am blinken ist. Da ist mal so machen, dass wir vorrangig... Die Fallen, äh, am Tor aufbauen. So weit hinten, bis zu nach... Nein, ich weiß, wir versuchen dann alle abzuknallen, die kommen und, äh... Und wenn einer durchkommt, dann macht das, äh, Dingens. Das am Tor alles kaputt. Warte, ich muss mal gucken, was hab ich. Bodenfalle, das können wir auch benutzen. Weil hier ist das ideal, so mit Abgrund und so, ne? Ja, stimmt. Könnte man nochmal drehen? Ja, da wird dröschen. Ach so, er. Steht auch da. Das weiß ich nicht. Ich glaub... Ich glaub, die Bodenfallen sollte ich auch nehmen. Bei der Position. All Ork für alle Fälle. Äh... Ja, schon richtig. Stürze... Wirf das bis hierhin runter, oder? So, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Weil ich einfach hier... So. Passt schon. Jetzt hab ich schon mein ganzes Geld verbraucht. Aber das ist ja quasi Instant-Kill. Weil egal welche Einheit, wenn er runterfliegt, ist er tot. Ja, davon kannst du ausgehen. Da ist ja schon fast die effektivste Falle. So, ich hab mein ganzes Geld ausgegeben. Fast. Außer 200. Also kann das für mich losgehen. Ich hab hier einfach auch mal... Obwohl... Ach, warte. Warte. Ich kann das erstmal verkaufen. Weil ich seh' gerade... Die kommen erstmal nur von da, ne? Ja, ja, richtig. Hast du... Wo hast du die ausgerichtet? Der springt nach da und die springen hier in die Richtung. Okay. Die ist auch mit dem Fall da. Genau. Da kann ich erstmal auch hier, äh... Warte, hier ist das uneffektiv, ne? Ja, ich weiß nicht, wo die genau lang kommen. Könnt's sogar gut sein, dass die hier lang latschen wird. Also normalerweise nehmen die die Kurve eng. Seit 1139. Ja, dann knall da nochmal zwei Reihen hin, wenn du gut bist oder so. Wir haben schon... Ist schon gut aufgebaut hier. Ja. Bogenschützen kann man... Ach, scheiße. Jetzt können wir nicht mehr in den Saubo nachgucken. Wer... Wird sich hier einmal die Falle? Ja, mach mal. Das ist ganz gut. Mittig oder eher... Ja, mach mittig. So ist gut. Ich mach wieder er und du machst wieder Dings, ne? Ich hab auf Freddy. Warte. So. Ja, ich drück. Da können wir los. Keine auf. Woha! Ich bin aus dem Schichtfeld. Ich bin so hardcore schnell. So. So. Stirb. Stülp. Aber ich habe die Flüge Fischer überwiegend gekillt und wie sieht es da unten aus? Funktionieren die Fallen? Oder sind wir noch nicht so weit gekommen? Sie sind nicht so weit gekommen. Na gut. Die ist richtig geil die Falle, ne? Ja. Und? Und? Bitte? Harch funktioniert. Jetzt kommt die andere Seite. Äh, ja. Ich positioniere da auch schon mal schnell Watt hin. Na gut. Viel Zeit habe ich dazu nicht. Das wird ein Spaß. Die Schonzeit ist vorüber. Woher bringt das Watt? Ich weiß nicht. Boah, diese blöden Fliegeviecher, ne? Die sind echt... Von Rai an. Aber ach doch, da kommen noch mehr. Ich glaube, das ist mit dem verkehrt. Der ist unbesiegbar. Ach der hat gegründet. Ach der hat gegründet. Oh ne, da kommen noch mehr Fliegeviecher. Toll, Hilfe mal. Die kleinen Feature. Na, ich bin schon dabei. Oh, ich muss mal heilen. Ich bin schon dabei. Ich muss einfach mal reinpratzen in die Jungs hier. Ich muss einfach mal reinpratzen in die Jungs hier. Genau. Danke. Wenn wir nicht viele Flieger wieder kommen, dann... Sorry, 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 sorry. Oh, ich dachte schon, das Spiel gecrashed. Nein, ich muss es nur leider machen. Die verstehen dich halt schlecht und dann verstehen sie es nicht. Zuschauer ist eigentlich auch schlecht, und ich auch. Das Spiel ist mit dem Sound wirklich scheiße gemacht. Ja, hoffentlich geht das im nächsten Teil besser ab. Okay. Der wird da einfach gut auskatapultiert. Oh, der kann ja einfach gut reinbörsten. Guck mal, wir haben oben 30 Level, wisst ihr das? Also 30 Level? Ja. Eines wird die Kraft, das wir am letzten Mal noch spannend hatten. Äh, wo kommt man hierher? Bei mir wird ja irgendwie auf dem Web nichts angezeigt. So, keine Ahnung. Äh. Die Schonzeit ist vorüber. Von der Seite. Ja. Hast du hier wieder alles verkauft, oder was? Ja. Etwas. Ach, von hinten kommt auch, wenn ich hier auf die andere Seite. Oha. Oha. Und wenn jetzt noch fliegesicher kommen, dann ist es ganz vorbei. Ja. Vielleicht noch etwas hiervon? Ach. Ich hab keine Hilfe mehr. Ja, die pushen mich hier schon ordentlich weg. Oha. Ich krieg's noch hin. Vielleicht muss ich nicht so viel dauerfrei machen. Oha. 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 Ich bin fast tot. Bin fast đi. Ah. Und brauche Hilfe. Ah. Mann, Apunt. Ah. Ich krieg mir gar nix. Oha. Was ist das für ein fetter Ogre. Ich brauche Hilfe, Mann. Ah. Oh. Ist doch eine Münze eingesammelt. Sie liegt irgendwo nebenbei dir. Ja, ich hab kurz lang dabei. Ah ich muss auch eine Münze auf damit. Und damit. Warte, wir müssen erstmal alles verkaufen, dann können wir versuchen effizienter zu bauen. Verkaufen wir auch alles bei dir. Alles, einfach alles. Und dann gehe ich in die andere Seite, dann versuchen wir effizient zu bauen. Ich glaube diese Flugteile, die sind echt sehr effizient. Ich habe alles weggebaut. Ich habe 10.000. Und ich auch gut. Oh doch, das wird wehtun. Ich mache auf jeden Fall so, dann habe ich noch 3.000. Das wird kein bisschen wehtun. Bei mir ist alles aufgebaut. Gut. Überlegen noch, was ich noch machen kann. Aber die sieht viel schöner aus. Ich habe es relativ simpel gemacht. Ja, ich sehe schon. Hier kommt keiner durch so leicht. Überlegung ist es wert, ob ich das Ding verkaufe und lieber stattdessen noch ein... Ne, ich lasse das Ding. So, mehr auskommen. Okay, kommt Flugfiecher, komm du zu mir, ich mache die erledige Flugfiecher. Okay. Obwohl, bei beiden Plattformen kommen wir auch weg. Oh scheiße, der Auga hat mich kaputt gehauen. Ist der tot? Nein. Oh, der Auga haut nicht T.O. Ne, Alter. Oh je. Scheiße. Oh, junger Alter. So, die andere Seite kommt durch. Oh je, scheiße. Scheiße. Oha. Oh leu, jetzt muss ich mich mit dem Auga anmelden. Ist was schlechter wird. Oh. Scheiße, ich bin tot. Was, 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 was? Wo sind sie? Ah, die Fliegelinger. Ja, ich habe hier gerade gekämpft. Oh je, Mini, Alter. Na ja, ordentlich viel jetzt, sehe ich gerade. Da kommt wieder ein Ogre an. Na, Ogre ist down. Scheiße. Der Ogre. Hilfe hier. Da ist vielleicht noch einer. Kevin gestunt. Ah, sehr schön. Ja. Ja. Oha, Alter. Wir haben ein Problem. Die sind hart. Scheiße. Äh. Ich mag das hier. Ich baue etwas auf. Ja. Katze werden rollen. Okay. Momentan kommt noch keine Fliegelinger. Ja, ist gut. Die Fliegelinger machen alles kaputt. Ja. Diese Orga, die können auch von den Plattformen nicht runtergeworfen werden. Ne, ne, die sind zu fest. Das ist ja unnötig wie Plattformen aus. Ah, ich kann ja stunnen, das ist ganz gut. Bei mir kommt auf jeden Fall gerade gerade eine Orga. Zwei sogar. Oh, scheiße. Bei mir auch. Ah, ich kann ja einfach stunnen. Bei mir ist das fair. Scheiße, zwei Orga ist doch gut für mich. Ja, ich hab auch noch mit zwei zu kämpfen. Oh, Gott. Ist dann schon. Los, Werge. Mach was. Jawoll. Oh, ja. Los, Werge. Ich hab meine zwei sogar fast down. Ja, ich hab die Orga down, aber ich bin auch fast down. Oh, mal Sucker. Ich hab meine Reihe fertig. Jetzt kommst du hier rüber. Wie ein Vogel schwamm Org. Nur, dass sie nicht fliegen können. Spitze. Boah, liegt da irgendwo Leben, hä? Ne, kein Leben. Ich spring mich kurz um. Komm, respawn jetzt einfach. Sehr gut. Dann fände ich es wieder full live. Zeit für ein Gemetzel. Bei mir kommt unten? Bei mir kommt keiner. Da geh ich erst zu dir. Ja, ich glaub nicht, dass das... Ich glaube... Ach, Flieger kommt. Warte. Ich muss die Fliege übernehmen. Ah, jetzt kommt er auch noch bei dir. Äh, bei mir. Ja, Flieger. Ja, Flieger. Ja, Flieger. In der Luft. Oh, komm schon. Oh Gott, ich werd gestanzt. Oh Gott. Ich komm mir hier schon ziemlich gefährlich nah. Scheiße. Nein, 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 nein. Das letzte, was du je sehen darfst. Das sind schon nahe rein. Ja, das war Serien. Scheiße, viele Viecher. Ah, sie grenzen süß aus. Viele Viecher sind nach wie vor nicht mehr unterwegs. Jetzt kommen diese ganz kleinen Spuren dran. Oh je, oh je. Ich glaub, die kommen ja gleich durch bei mir. War aber sauerknapp. Oh, drei sind durchgekommen. Ah, wir können uns aber erst mal wieder aufbauen. Und jetzt kommen noch zwei Wellen und dann haben wir es geschafft. Wir haben noch 20 Leben, das ist noch ganz okay. Boah, jetzt wird's anstrengend, wa? Ja. Ähm. Ähm. Ich verkauf paar Sachen, weil ich gebaut habe. So spontan. Ich glaub, diese Wurfplatten, weil ich gebaut habe, sind gut. Aber mehr Wurfplatten brauchen wir nicht, weil die, gegen diese Orks. Die Wurfplatten, äh, sind los. Äh, ich glaub, ich hab hier was gebaut und da. Ja. Diese Einheiten muss ich mal auch einkaufen, die sind gut. Keine Ahnung, ich bau die einfach. So, ich hab auf jeder Seite 5 nochmal hier stehen. So als letzte Bastion, so gesagt. Ich hab hier unten gut zugebaut. Ich glaub, hier hinten machen die sich am besten, ne? Mit dem dann. Die stehen falsch rum. Obwohl. Das ist, ich lass mal so, ähm. Toll, okay. Der ist, glaub ich, scheißegal. Hast du Tear? Ähm. Ne, hab ich nicht ausgewählt. Warte. Das wird mir mehr wehtun als hier. Lieber Bogenschützen haben, als ich bin. Die muss ich mir einkaufen. Grenadiere, die machen, sind nicht so krass. Ah, geht vielleicht zurück auf euren Posten. Ich mach die Seite. Die Seite ist nicht so. Weißt du, ist das so gut? Joa, ich denk mal, das dürfen wir jetzt schaffen, oder? Hoffen wir mal. Bist du bereit? Ja. Ich hab auch bereit geklickt. Okay, Flugfliecher direkt im Anmarsch. Flieger! Flieger Luft! Flieger! Flieger Luft! aber es ist direkt auf die August drauf gehen wenn ein August spawnt naja witzig ich muss erst mal die 50er ja noch abschlachten aber die kommen glaube ich gar nicht erst mal auf das verteidigen noch 50er auf die 50er kommen da ist also diese großen Tiefschade gehen auch nicht weg mhm waha der ist von mir nach einfach langsam close na witzig ey ich hab die Fallen da so fast aufgebaut auch rein ja dass die jetzt erst bei mir angekriegen sind ja was denn ist das eine Leber oh Gott hier kommen überall die Flugfliecher schon an sonst krieg ich kacke ja ich schieße auch auf die gerade oh ja oh wir haben es geschafft nicht einen Lies oder? ne haben immer noch 20 jawoll und von denen ist auch noch alles da bereit zielen wenn ich nicht eh doch Flugfliecher waaah scheiß Oga waaah 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 Ich lebe für auch mal Sucker! Guck mal, einfach zu viel zurück, Viecher. Das ist richtig, richtig, richtig lieb! Wow, ich kann nicht richtig, ich hab' verschlopft. Zeigst du Orga-Arts? Ah, ich mach die Orga-Arts, Mensch. Oh, jetzt landen die mich halt echt mit die Tode. Oha, der ist mega zerfetzt. Wieso macht man das? Ist der irgendwo Leben rum? Ne, ne? Äh, bei mir glaube ich. Ja, bei mir. Sehr gut. Gut, die nächste Relle kommt. Die Party geht los und ihr seid alle eingeladen. Wir kommen bei dir. Warte, kümmere dich um die Liga. Ich schließ auf die Fliege, ne? Achtung, Flieger! Warte, ich mach grad die Fliegen kaputt. Okay, bei mir kommen Orgas. Flieger! In der Luft! Ja, Flieger in der Luft, wo sonst, Alter? Ja! 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 Ich glaub die Flieger sind jetzt gleich Geschichte. Ja! Es ist so krass, ne? Die fallen hier. Die sind so gut, dass die echt nicht durchkommen, die Gegner. Das ist gut. So gehört sich grad. Hier kommen nur die Riesen durch. Die anderen haben echt... Ach Leute, die werden hier irgendwie gestunt. Ich weiß auch nicht warum, aber wir kommen hier nicht weiter durch. Was? Waren die mal langsamer? Ja, bei mir hier werden die mega langsamer. Ja, ich hab meine Pfeilwände. Ich hab da Ding jetzt reingetan, dass die, äh... Es ist doch lustiger, wenn man sie alle auf einmal tötert. Jawoll! Und wir haben die Errungenschaften bereits die Hälfte geschafft eingeschaltet. Ja! Seht man bei mir nicht. Ne? Ich hab's ja gekriegt. Ich hab den gekriegt, aber sieht man bei mir nicht bei der Aufnahme. So, Endloschree wollen wir nicht. Guck jetzt eben nochmal kurz, ob man diese Bogenschützen kaufen kann. So, Zauberbruch, meine Aufrüstung... Äh, äh, ich hab da... Bei den, äh... Pfeilwand... Habe ich ja die Fähigkeit, äh... Pfeile unterkühlen... Gegner manchmal und verlangsamen... Verlangsamen sie dadurch. Kann ich lesen, ich bin dumm. Leute! Ey! Bogenschützen kosten 650? Wie fa... hä? Echt jetzt? Krass. Ah, 650 irgendwas. Soll ich mir auch die Zwerge kaufen? Oder denkst du, das reicht, wenn einer Zwerge hat? Ich glaube, es reicht, wenn einer Zwerge hat. Aber ich kann die nochmal ausbessern, das ist eine gute Idee. Ich glaub, Zwerge vorsachen mehr Schaden. Egal, Zwerge vorsachen mehr Schaden. Na, dafür hab ich... Ah, doch, hab ich genug. Korrekt, ich hab die jetzt erstmal ein bisschen ausgebucht. Aber ich abgewählte erstmal, äh, meine Pfeilwand. Ja. Auf Level 2, dann macht er mehr Schaden. Das ist eine Idee, die Pfeilwände sind auch wichtig. Ja, die finde ich auch gut. Das habe ich schon fast alles ausgegeben. Äh... Diese Pfeilspucker, die auf der Decke sind, die kann ich jetzt nicht leveln, weil ich hab nur ein Level. Ah, schade. Gut. Ein Level kann ich ja erstmal zurücklegen. Würde man sagen, die Aufnahme läuft ja schon wieder, 26 Minuten. Ja, ja. So lange geht ein Level. Aber wir haben es ja auch schon echt, den Großteil haben wir schon geschafft. Ja. Würde ich sagen, dann machen wir jetzt hier erstmal Schluss. Genau. Und das nächste Level sieht man im nächsten Part. Ja. Bis dahin könnt ihr gerne kommentieren, abonnieren, Daumen nach oben geben, wenn immer steht. Genau. Bis dahin. Tschau. Tschüss. Tschau. 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 Tschau.